Guten Morgen zusammen. Es dürfte jetzt so 8 Uhr sein. Bin schon wieder eingeschlafen. Bin eigentlich um 7 Uhr aufgestanden und bin dann nochmal eingeschlafen. Und jetzt hau ich mir Porridge rein und dann geht's wahrscheinlich gleich Richtung Physio. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur Physiotherapie. Leider auch 2 Minuten zu spät oder so. Aber naja. Ne, aber das Ding ist, was ich meinte, und auch wenn ich jetzt vom Video oder so, linke Seite, ist wirklich wie ausgeschaltet immer. Und halt nochmal und mach nur den Fuß hoch und runter. Es ist jetzt auch nicht 90 Grad. Nein. Allein diese Brücke, dass ich hier so weiterkomme. Versuch das Bewegungsausmaß kleiner zu machen. Ich wollte nach der Physiotherapie, dann los zur Ergo. Und weil Mutti jetzt auch direkt bei der Ergo ist, kann ich mich ja auch nicht einsammeln. Und nun war ich heute Morgen nicht so drauf, dass ich gesagt habe, dass ich Auto fahren würde. Und dann sollte ich mit dem Taxi fahren. Dann waren keine Taxi da. Und dann stand ich hier draußen mit meiner Physiotherapeutin. Aber irgendwie heute auch das linke Bein ein bisschen. Also da hat es mir dann Treppenhaus geholt und so. Und ja, dann war kein Taxi da. Und deswegen bin ich hier in einem Café gelandet. Und warte jetzt auf Mutti. Obwohl jetzt würde das eigentlich mit dem Autofahren wieder ergehen. Zumindest der rechte Bein, was ja das Wichtigere daran ist. Aber keine Ahnung, was da schon wieder irgendwie mir vorgegangen ist. Weil ich bin auch heute gerne noch da zur Therapie gegangen. Na ja. Irgendwie geht der Tag schon weiter. Willst du auch ein bisschen pauritsch, mein Süßer? Ja. Na gut. Na, na, na. Na los. Du da bist. Und jetzt mache ich erstmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwie Pause. Und dann geht's weiter. Würde ich so sagen. Mit dem Ding lief jetzt heute auch nicht so viel. Einmal 8 Wiederholungen. Einmal 5 Wiederholungen. Und einmal 2 Wiederholungen. Kein Plan, was heute los ist ey. Wir versuchen jetzt mal, zumindest mit dem Rollstuhl, eine größere Runde zu laufen. Und schieben werde ich oben mal. Siehst du? Und jetzt tauchen da oben noch so Zahlen auf. Ja, jetzt sehe ich das. 5 und 6. Jetzt weißt du, in der Zeit sozusagen, dass es ein Video aufnimmt. Achso. Aber jetzt können alle sehen. Aber das ist ja alles dasselbe denn. Wie? Das kann ich durchdrehen? Ist sozusagen der Beweis, dass ich dich hier schiebe. Achso. Na ja. Kann ich jetzt ausmachen? Ja. Sehe ich auch gut aus? Ja. Alles geklärt. Jetzt fähig ich euch mal von hinten. Borshat, zeig ihm mal, wie man mit dem Hintern wackelt, bitte. Mehr Schwung in die Hüfte, bitte. Borshat, lauf mal vor, mach mal vor. Na ja. Geh dir das, ich habe mal vor. Also. Ingenieure. Ingenieure. Wie? 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 Untertitelung des ZDF, 2020